...und die erste Karte in der Zukunft! Abkommen in Mama! Liebe Zuschauer, grüße die beiden Mannschaften und das Skiträger. Gibt es einen kräftigen Applaus, die Mannschaft des ESG Puls Münster und des VFR, allen herzlich willkommen. Ja, liebe Zuschauer, am Samstag hat es bekanntlichermaßen Vorfälle gegeben in Osnabrück, die nicht so schön waren, die ein schlechtes Mitten auf unser Verein geworfen haben. Und wir bitten einmal Stefan Kühne nach vorne kommen, er hat ein paar Worte. Wir alle bedauern die Vorkommnisse vom vergangenen Samstag im Osnabrück nach Stadion sehr. Wir, die Mannschaft und der gesamte Verein stehen für Toleranz, Fairness, respektvolles und vor allem gewaltfreies Verhalten. Dankeschön. Und Mitglied im Feldkirche-Vorstand ist Trinja Eiland aus hier in der Kabinette. Gewalt hat in unserem Stadion nicht keinen Platz. Lasst uns heute gemeinsam ein Ziel setzen, dass der SC Preußen Münster für etwas anderes steht. Bei aller sportlicher Rivalität, wir behandeln unsere gegnerischen Fans und alle Personen im Stadion mit Respekt. Den am Samstag zu starten gekommenen Personen wünschen wir eine schnelle Gesäßung. Danke. Applaus 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 Applaus